Keine Schule, keine Uni. Italien kämpft mit drastischen Maßnahmen gegen das Coronavirus. Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Die Wahl von Bodo Ramelow ist das vorläufige Ende der Erfurter Regierungskrise. Gedenken in Hanau. Familien, Politiker, Menschen in der ganzen Stadt trauern um die Opfer der rassistischen Morde vor zwei Wochen. Wir müssen beginnen mit dem Kampf gegen das Coronavirus, der weltweit zu neuen Maßnahmen führt. Gerade kommen neue Meldungen aus Italien. Dort steigt die Zahl der Todesfälle seit Tagen. Seit gestern wieder fast 30 mehr. Insgesamt jetzt 107 Menschen, die gestorben sind. Die Regierung schließt ab morgen alle Schulen und Unis. Es gibt auch zumindest Pläne, dass alle öffentlichen Veranstaltungen sowie Kino- und Theatervorstellungen verboten werden. Und wir gehen live nach Rom zu Andreas Postel. Andreas, guten Abend. Wie geht das Land jetzt damit um? Das ändert ja doch einiges für Italien. Den ganzen Nachmittag hat das italienische Kabinett beraten, was denn angemessen sei angesichts der Lage. Aber was ist schon angemessen in dem Land Europas, was am stärksten vom Coronavirus-Ausbruch betroffen ist? Deswegen ist Ministerpräsident Conte vor einer halben Stunde hier vor die Kameras getreten und hat in der Tat angekündigt, dass Schulen und Universitäten geschlossen werden ab morgen bis zum 15. März und zwar landesweit. Das sind drastische Maßnahmen, aber in Anbetracht der Fallzahlen, in Anbetracht der vielen Toten, die es jetzt hier gibt, 107. Das betrifft vor allem alte Menschen, Menschen, die geschwächt sind, die ein schwaches Immunsystem haben. Und um die zu schützen, müssen eben alle anderen eben auch ihren Beitrag leisten. Und deswegen bleiben Schulen und Kitas und Universitäten geschlossen. Die Eltern müssen jetzt damit umgehen. Was passiert mit dem Vater, der zur Arbeit geht und seine Kinder zu Hause lassen muss? Also all das sind Fragen, die werden wir morgen im Laufe des Tages sehen. Das Virus grassiert hier schon seit Mitte Februar, sagen die Experten. Und weil man danach sucht, was der eigentliche Ursprung ist, weshalb gerade in Italien so stark das Virus zum Ausbruch gekommen ist, sind auch die Fallzahlen so hochgegangen, weil die Virologen natürlich viel testen. Und bei diesen Tests kommen auch viele Infizierte bei heraus. Eine gute Nachricht gibt es heute. Es gibt auch über 200, die wieder genesen sind und vom Coronavirus geheilt sind. Sagt Andreas Postel, ZDF Rom. Herzlichen Dank. Und dann diese Nachricht heute. Israel hat ein faktisches Einreiseverbot erlassen für Touristen unter anderem aus Deutschland, Österreich und Frankreich. Ausgenommen ist nur, wer sich in Israel für 14 Tage in häusliche Quarantäne begeben könne. Die Lufthansa lässt viele Flugzeuge am Boden, weil immer weniger Menschen noch reisen wollen. Und auch in Deutschland gibt es mehr Infektionen. 262 inzwischen. Tobias Hefner über die Lage bei uns. Fenster auf, ein schneller Abstrich im Schutzanzug, die Probe ab ins Labor. Das hier wird ab sofort sozusagen ein Drive-Thru für Corona-Verdachtsfälle in Groß-Gerau bei Darmstadt. Das Auto als Wartezimmer, aber kommen darf nur, wer vom Gesundheitsamt dazu aufgefordert wird. Sinn und Ziel des Verfahrens war es auch, dass infizierte oder potenziell infizierte Patienten keinerlei Kontakt haben zu Praxis- oder Klinikpatienten. Versorgen und Vorsorgen, aber auch Ängsten mit Aufklärung und offen ausgesprochenen Wahrheiten entgegentreten. Das will der Gesundheitsminister. Der Höhepunkt der Ausbreitung ist noch nicht erreicht. Unsere Strategie ist weiterhin, die Ausbreitung von Corona innerhalb Deutschlands und den betroffenen Regionen zu verlangsamen und einzudämmen. Ein drängendes Problem dabei, Schutzausrüstung wird täglich knapper, weil die Produktion in China eingebrochen ist und sich gleichzeitig fast die ganze Welt eindecken will. Seit 11 Uhr heute gilt nun ein deutsches Exportverbot für Schutzmasken. Zur Deckung des Privatbedarfs an Desinfektionsmitteln wollen Bund und Länder Vorschriften lockern. Danach ist es Apothekerinnen und Apothekern möglich, Desinfektionsmittel zu Händedesinfektion für den privaten Gebrauch auch mit Industriealkohol herzustellen. Schutz stehe vor ökonomischen Interessen, sagt die Regierung. Und doch werden auch die Folgen für die Wirtschaft immer sichtbarer. Die Lufthansa-Gruppe lässt vorübergehend gleich 150 Jets am Boden. Die Nachfrage nach Flügen ist komplett im Keller. Besonders wichtig ist es, alte und kranke Menschen zu schützen, also die Gefahr möglichst gering zu halten, dass sie mit dem Virus in Kontakt kommen. Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime haben die Hygienevorschriften verschärft. Wo das Virus trotzdem angekommen ist, wird es schwierig. Eva Schiller und Sandra Susanka berichten aus Bad Rappenau in Baden-Württemberg. Besuch vorläufig verboten. 120 Menschen stehen im Pflegebereich des Bad Rappenauer Seniorenheims unter Quarantäne. Nach seinem Italienurlaub hat ein 32-jähriger Pfleger seine Kollegin und einen Heimbewohner mit dem Coronavirus angesteckt, die Anwohner besorgt. Man weiß ja nicht, was man sich hier eingefangen hat. Man geht ja einkaufen, man ist im Ort unterwegs und weiß man, was noch alles kommt. Ich bin selber in einem Altenpflegeheim tätig und ich nehme das schon ernst. Der Fall zeigt das Dilemma der Corona-Krise. Streng genommen nach Behördenempfehlung müssten alle Pflegekräfte zu Hause bleiben. Aber wie soll das gehen bei 70 Pflegebedürftigen? Irgendwo muss ja auch die Versorgung der Patienten und der Bewohner sichergestellt sein. Deswegen hat man eben eine Regelung gefunden, dass man sagt, die Mitarbeiter dürfen, auch wenn sie in Isolation sind, auf direktem Weg von ihrer Wohnung ins Heim fahren, um dort eben dann ihren Dienst zu verrichten. Ob sich so noch mehr Heimbewohner anstecken? Ungewiss. Die drei Corona-Infizierten wurden in einer Klinik isoliert. Ihr Zustand stabil. Aber über allem schwebt noch eine Sorge. Wir fürchten natürlich, dass ältere infizierte Patienten schwerer erkrankt sein können. Das Immunsystem ist im höheren Lebensalter schwächer. Die Kraft des Immunsystems lässt nach. Die Patienten sind generell gefährdeter. Alle Heimbewohner und Pflegekräfte unter Quarantäne wurden auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus, weil viele Labore überlastet sind. Es gibt viele offene Fragen. Immer noch. Wenn Sie mehr wissen wollen, empfehlen wir Ihnen die Dokumentation zwischen Pandemie und Hysterie, wie das Coronavirus die Welt erschüttert. Zu sehen jetzt bei heute.de und in der heute App und im Fernsehen heute Nacht um 10 nach 1. Unser nächstes Thema, vorläufiger Schlussstrich nach einem Politbeben. Thüringen hat einen neuen Ministerpräsidenten. Es ist Bodo Ramelow von der Linkspartei. Er brauchte drei Wahlgänge und dann hat ihm die einfache Mehrheit gereicht. Der erste Anlauf zur Wahl vor fast einem Monat hatte zu einer Regierungskrise geführt, mit bundesweiten Folgen, weil der FDP-Kandidat mit Stimmen der AfD ins Amt gekommen war. Über die Wahl heute aus Erfurt, Daniela Sonntag. Insgesamt zwei Wahlen, sechs Wahlgänge und eine Antwort von Bodo Ramelow. Nehmen Sie die Wahl an? Ja. Die Politikkrise in Thüringen ist erstmal beendet. Der Ex-Ministerpräsident ist zurück im Amt. Zweimal tritt er gegen Björn Höcke an. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit, 42 Stimmen von Rot-Rot-Grün. Demonstrativ verweigert Ramelow nach der Wahl Björn Höcke einen Handschlag. Und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben. Aber erst dann, wenn Sie die Demokratie verteidigen. Ramelow will somit den Abstimmungstricks der AfD abrechnen. Auch Höckes Rückzug im dritten Wahlgang heute war Strategie, sagt die AfD selbst. Weil man schon noch die Möglichkeit sich offen halten wollte, dass wir die Wahl von Ministerpräsidenten Ramelow dann eben auch anfechten. Denn er hat ja keine Mehrheit. Doch daraus wird wohl nichts. Es gab mehr Ja-als-Neinstimmen für Ramelow, weil die FDP und Thomas Kemmerich gar nicht mitwählten und die CDU sich enthielt. Lediglich im dritten Wahlgang eine Enthaltung weniger. Ich bin stolz auf meine Fraktion. Klar ist auch, dass wir jetzt eine Situation haben, wo es eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung gibt. Wir sind als CDU eine konstruktive Opposition. Wir werden eigenständig Anträge einbringen. Mit der CDU hat Rot-Rot-Grün heute das Protokoll für den gemeinsamen Plan bis zum nächsten Jahr unterschrieben. Ramelows Minister sind ernannt. Thüringen gewinnt heute ein Stück politische Normalität zurück. Und wir gehen noch mal live nach Thüringen. Melanie Haack ist dort für uns. Melanie Bodo-Ramelow ist gewählt. Er hat aber nach wie vor keine eigene Mehrheit. Wie soll denn das Regieren in Thüringen jetzt in Zukunft ablaufen? Genau, gerade ist Bodo Ramelow hier hinter mir in die Staatskanzlei gekommen mit seinen Ministern. Es gibt die erste Kabinettssitzung und morgen geht eben das zeitbegrenzte Regieren los. Am 25. April im nächsten Jahr gibt es Neuwahlen. Und bis dahin hat man sich ja geeinigt mit der CDU auf den sogenannten Stabilitätsmechanismus. Man will projektbezogen zusammenarbeiten. Die Minderheitsregierung mit der CDU. Das heißt, man will klare Themen durchbringen, Gesetze durchbringen. Den Haushalt fürs nächste Jahr, auch das Thema Kommunalfinanzen, den ländlichen Raum stärken und Lehrer und Polizisten einstellen. Somit erhofft er sich, dass da die Mehrheiten entstehen und man so erst mal auf die begrenzte Zeit bis nächstes Jahr im April hier regieren kann. Melanie, herzlichen Dank. Und ein weiteres wichtiges Thema heute. Die mehr als 10.000 Flüchtlinge, die aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU wollen. Auch heute hat die griechische Polizei Tränengas und Blendgranaten eingesetzt, damit niemand über die Grenze kommt. Gleichzeitig Krisendiplomatie in Ankara. Der EU-Ratspräsident hat den türkischen Präsidenten getroffen. Dieser hatte mit der Ankündigung, die Grenzen zu öffnen, dafür gesorgt, dass tausende Migranten zur Grenze kamen. Und die EU-Innenminister suchen jetzt im Moment in Brüssel nach einer Lösung. Anne Gelinek beobachtet das für uns angesichts der Bilder von der Grenze. Lässt denn das die EU zu einer neuen Linie finden? Ja, aber anders als man meinen könnte, es ist schon bemerkenswert, mit welcher Klarheit und Härte die 27 EU-Innenminister hier heute die Abschottung der griechischen Grenze noch einmal verteidigt haben. Es gab keine Kritik daran, dass Griechenland die Asylverfahren für die nächsten vier Wochen ausgesetzt hat. Im Gegenteil, der deutsche Innenminister Horst Seehofer sagte wörtlich, das sei in Ordnung. Schließlich verteidigten die Griechen eine europäische Außengrenze. Es geht bei dem Innenministertreffen hier in Brüssel auch nicht darum, Flüchtlinge aus dem Niemandsland zwischen der Türkei und Griechenland aufzunehmen. Denn so heißt es hier, Europa werde sich nicht vom türkischen Präsidenten Erdogan erpressen lassen. Und so bleibt vielleicht nur ein klitzekleines Zeichen der Hoffnung für die Flüchtlinge in den überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln. Denn es will sich unter Führung von Horst Seehofer vielleicht eine Koalition der Willigen zusammenschließen, die möglicherweise Kinder und Jugendliche aus diesen Lagern übernehmen würde. Aber bleiben wir realistisch, auch dafür wird sich vermutlich nur eine Handvoll EU-Staaten finden. Anne Gellinek, ZDF Brüssel, zu diesem Thema. Dankeschön. Und dann gucken wir heute Abend in dieser Sendung auf eine Stadt in Trauer nach Hanau, wo es vor zwei Wochen das rassistisch motivierte Attentat gab. Jetzt im Moment gedenken Sie dort der Opfer. Zu der offiziellen Trauerfeier sind Bundespräsident und Bundeskanzlerin gekommen. Die Tat, bei der neun Menschen mit ausländischen Wurzeln starben, hatte das ganze Land getroffen. Der Tatverdächtiger, ein 43-jähriger Deutscher, nahm sich danach das Leben. Über diesen Abend heute in Hanau, Peter Wagner. Trauer in Hanau um neun junge Menschen, alle Opfer eines rassistischen Mörders. Trauer, aber auch Bitterkeit und Zorn, sagt der Bundespräsident, weil dieses Verbrechen eine Vorgeschichte habe. Eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmacht. Es ist dieses Klima, in dem Terroristen zur Waffe greifen, manche sich sogar gerechtfertigt fühlen zu morden. Steinmeier appelliert an die Demokraten im Land, nicht länger zu schweigen und Grundwerte zu verteidigen. Das Schweigen der vielen darf nicht zur Ermutigung der wenigen gehören. Nein, die Mehrheit muss sich zeigen. Die Mehrheit muss sich zeigen, immer wieder im Verein, am Stammtisch, im Fußballstadion. Kemal Kocak ist in Hanau geboren, hat wie viele dort seit dem Anschlag Angst um seine Familie. Er kennt die Mordopfer und findet bewegende Worte für seine Freunde. Diese Menschen kamen jeden Tag nicht um was zu kaufen, sondern um Hallo zu sagen, um mich zu umarmen oder ich sie zu umarmen. Und jetzt sind die alle nicht mehr da. Ich möchte von meiner Seite aus nicht mehr viele, genauso die Angehörigen, nicht mehr viele Wörter hören, sondern wir wollen Taten sehen, dass was passiert, dass sowas nie wieder zustande kommt. Tausende verfolgen die Trauerfeier draußen auf Hanau's Marktplatz. Hanau's Oberbürgermeister Kaminski fand schon am Tag des Anschlags Worte voller Anteilnahme. Heute zeigt er sich kämpferisch. Und deshalb sagen wir allen Rassisten, die mit ihren Parolen unsere Stadt, unser Land vergiften, Wir sind mehr und wir sind stärker als euer Hass. Für die Opfer von Hanau wird es eine Gedenkstätte geben. Ihre Namen sollen niemals in Vergessenheit geraten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute gab es Sonnenschein und zum Teil auch noch einige Schauer. Jetzt aber kommt Tiefeli. Und Tiefeli vom Atlantik bringt uns viel Regen. Morgen können in Deutschland zum Teil bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Und das mit dem Regen geht schon in der zweiten Nachthälfte hier im äußersten Westen los. Im Sauerland kann noch etwas Schnee dabei sein. Und es droht daher Straßenglätte, auch dort, wo der Regen auf gefrorenem Boden fällt. Denn im Osten sinken die Temperaturen bis minus 4 Grad. Sonst ist es im Osten häufig klar, in Norddeutschland bildet sich auch mal Nebel. Und morgen zieht dann der Regen von Tiefeli weiter in Richtung Nordosten. Schon mittags erreicht er München und bis zum Abend dann auch Bremen, das Altenburger Land und den Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Im Nordosten ist es dagegen zum Teil sogar ein bisschen sonnig. Da liegen die Temperaturen bei 10, 11 Grad. Sonst werden 5 bis 8 Grad erreicht. Und am mildesten wird es am Oberrhein mit 12 Grad. Und das liegt daran, dass da spätestens zum Abend der Wind böig auffrischt. Da sind Sturmböen möglich. Zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, im Schwarzwald und auch im Hunsrück. Das Tiefeli zieht dann am Freitag weiter über Norddeutschland hinweg. Danach geht es wechselhaft weiter. Der Sonntag wird freundlicher. Schönen Abend noch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.